Nein, das ist kein Trennungsgrund. Das ist kein Trennungsgrund. Solange dieser Mann mit seiner Frau in Güte lebt und solange er gerecht ist und solange er für sie sorgt und für seine Familie, dann hält sie an dieser Ehe fest. Und sie darf nicht an Trennung. Trennung ist schrecklich. Es ist verabscheut. Es ist verpönt. Sie soll ihre Ehe bewahren und dort liegt der Segen. Und sie soll Geduld zeigen, selbst wenn ihr Mann bestimmte Mängel zeigt. Sie soll Geduld zeigen und an ihrer Ehe festhalten, aber gleichzeitig dafür arbeiten, dass diese Mängel beseitigt werden durch Kommunikation und durch Beratungen. Aber wie gesagt, dass er sein Madhab verändert zu Ja'fari Madhab. Es ist kein Grund. Es ist kein Grund, sich scheiden zu lassen. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.